Hallo was geht? Wir fahren jetzt nach Hause über Weihnachten und ich bin gerade noch in Schweden und hier bin ich gerade. Was geht ab? Was geht ab? Wir haben uns überlegt, dass sie jetzt einen Tag mit mir Schweden sprechen. Nein, ich werde in Schweden sprechen. Achso, ich spreche gar nicht Deutsch mit dir. Nein. Achso. Ja. Also gleich im Auto dann direkt anfangen oder wie? Aha. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Edurero. How do I do? Edurero. Was ist das? Edurero. 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 What I'm doing? Nein. Edurero. Edurero. Wir fahren jetzt, oder? Ich habe kein Wort verstanden bis zum Ende gar nicht. Was ist das? Du hast etwas? Du hast es? Nein. Was bedeutet das? Are you ready? Edurero. Edurero. Ja. Obviamente ich bin. Wir fahren jetzt. Ja. Wir fahren jetzt. Ja. Wir fahren jetzt. Wenn ich will. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt. mit dem Auto. Und der Hund. Ja. Wir fahren mit dem Auto weil wir nicht fliegen wollen wegen Corona. Ja. Ich bin bereit. Ja. 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 Wir fahren mit dem Auto nach Deutschland mit dem Hund. Ja. Ja. Ich bin bereit. Ja. 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 Wie haben wir fahren langt? Was? Wie haben wir fahren langt? Wie ist der? Wie ist der langt? Wie ist der langt? Wie ist Richard Langt? Was ist der langt? Wir fahren jetzt weit, oder? Ja. 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 Und wir fahren jetzt mit der Fäere. Ja. Ja. Wir fahren jetzt mit der Fähre Leute. Ja. Wenn wir fahren mit der Fähre. Also ich bin pisste. Sag Hallo zu der Kamera. Ja. Sag hallo zu der Kamera. High five. High five. Herzchen? High five. High five. High five. High five. High five. Thank you. Ich hab denen das beigebracht. Dann musst du wir hochfahren, oder? Ja, dann musst du jetzt hochfahren. Du musst da hochfahren, oder? Ja. Mein Schwediges... Ich verstehe alles. Ja, ich verstehe. Ja. Super. Gut, gut, ja? Also Leute, mein Schwediges ist absolut wild. Mein Schwediges ist absolut wild. Wir kriegen jetzt richtige Roadtrip Flashbacks hier. Ich bin damals auch mit Leo und Tobi auf dieser Fähre gefahren. Und ich weiß noch, dass damals Tobi auf der Fähre tatsächlich ein Kind gezockt hat. Ler, du musst fahren. Schnell, 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 schnell. Oh, das ist so schön, oder? Ja, der Jette schannt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Es ist sehr schön, weil es ist fähig, du kennst? Es ist sehr schön. Sehr schön, ja. Ich liebe es. Ich gehe auf Fähre mit Frau. Ja. Ich schau Frau in Deutschland. Ich schau Deutschland in Deutschland. Nein, du bist eine Frau. Huh? Ja, mit deinem Frau. Wir fahren... Ja, ich bin dein Frau. Frau? Frau? Ja. Was ist das? Ja, ich bin dein Frau. Ich weiß nicht. Was? Ja, ich bin dein Frau. Ich weiß nicht. Ja. Ja, ich bin dein Frau. Ich bin nervig. Ja, ich bin dein... Ich bin... Ja, ich bin. Du bist mein Frau. Ja. Ja. Nein. Du, ich bin mein Frau. Ich bin dein Frau. Du bist mein Frau. Oh. Ja, Bro. Ja, Bro. Ja, Bro. Ja, Bro. Sit da. Sit da. Sit da. Ich kann schon sitzaufähig sagen. Ja, geil. Nicht zu verwechseln übrigens mit Fita. Was heißt? Das heißt nämlich... Ja. Muss man wissen, ja. Molle. Okay, einmal. Einen noch. Einen noch. Nein. 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 Ja. Und geh runter. Geh runter. Ich hab den so gut erzogen genannt. Wir sind auf der Fähre. Oh, du ätit mat. Es ist gut. Die Fähre ist okay. Nein. Du ätit mat. Was es kostet hat. Wie viel es war. Du ätit. Ja, ich hab das. Was ist das? War du gut? Ja, es war gut. Ich meine, es ist... Es schmeckt sch***, Leute. Es ist das dritte Mal, ich bin auf dieser Fähre dieses Jahr. Und die Pommes sind einfach absolut sch***. Ich verstehe genau, was du sagst. Wenn ich verstehe, was du sagst. Ja, ich verstehe genau, was du sagst. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich will ja sch***, oder du. Ich will ja sch***, oder du. Ah, wer ist driving? Ich oder du? Ja, ich bin. Was ist denn? Hey, Baby. Was geht, Leute? Wir fahren jetzt zu meinen Eltern. Wir haben gerade Corona-Test gemacht. Oh, Maschallah, dieses Gefühl, wo... Du hast glömt ein Sarg. Du hast glömt ein Sarg. Wenn ich einen großen Boss habe. Nein, du hast glömt ein Sarg. Ob ich beerdigt werden möchte an einem Sarg? Du hast glömt ein Sarg. Ob ich träumt gut? Ist das gut? Du hast glömt ein Sarg. Du hast glömt ein Sarg. Was hast glömt? Du hast glömt, dass ich mich mit dir sprechen. Oh, ich glömt, dass du immer sprach swedisch mit mir und ich muss verstehen! Ja, genau. Prätsch. Prätsch, das ist gut. Right, okay. Nu haben wir gerade ein Corona-Test gemacht. Wie war der Corona-Test? Ja. Wie war der Corona-Test? Wie war der Corona-Test? Wie war das My Result? Ja. Ich habe einen Corona-Test gemacht. Ja, ja. Wir waren alle zusammen. Ja. Wir waren alle da? Ja, und wir waren alle... Was testete wir? Ah, ja, wir testete negativ. Ja! Aber ich testete positiv für ADHD. Hm, ja. Das einzige Syndrom, was ich nicht behandeln kann? Ja. Okay, ich verstehe. Wie verstehst du, was ich gerade sagen soll? What the f***? Ich verstehe jetzt über Diska, babe. Du verstehst viel Deutsch. Ich habe bereits bemerkt. Ich bin so gut an Schweizer. Ja! Wie singe ich? Promenadele? Promenadele? Ich bin eine Promenadenmischung. Genau. Ja, du hast es in Englisch gesagt. Ich bin eine Promenadeleitung. Wie ist es für Promenadeleitung? Ein Hund, Vorhünder, Drehhünder. Wir sind gut zu gehen. Wir haben ein Hund, zwei Hände, drei Hände. Ja. Ich bin kein Hund. Was zum Teufel? Nein. Das ist nicht lustig. Wo war dein Juni? Wo war dein Juni? Äh, mein Weihnachten war sehr gut. Ja. Weihnachten war sehr, sehr entspannt. Wir sind gerade noch bei meinen Eltern. Jetzt gehen wir mit diesen Scheißhunden raus. By the way, Arkani steht übertrieben auf diesen anderen Hund, auf Molle. Und die haben immer S*** zusammen. Das ist sehr geil. Und ich möchte das nochmal betonen, dass das von uns beiden geduldet wird. Und die beiden machen können, was sie wollen. Aber du hast vergessen, es ist dich, dass ich jetzt sprechen gives you. Was? Das war zu schnell. Jetzt hat du vergessen, dass ich sprechen mit dir. Wer fragt? Ja. Was hast du mit dem Juli? Was hast du mit dem Juli? Was hast du mit dem Juli? Also, was hast du mit dem Place garden? Wie viele Prozent? Nein, was hast du mit dem Juli? Ja, was hast du mit dem Juli? Was hat du bekommen für mich? Es ist die G deden. Ja. Was hat du bekommen für mittel? Hallo! Ja, Zaxi! Tell them, boy. Was? Was ... was I got ? Was I got in den GD? Was I shall machen, mit der GD? Nein. Was du bekommen von mich? Ah, was I think about you? Nein. Was du bekommen in den GD? Ich weiß nicht, babe. Was hast du für ein Weihnachtsmusgift bekommen? Von mir. Ah, okay, okay, ja, ja. Ich habe die in der Hand von Louis Vuitton. Rich, rich. Nein. Ja. Du hast das nicht von mir bekommen. Ich habe das für dich bekommen. Nein, von mir. Ich habe... Ach so, bist du dumm. Ich habe Lego. Ich habe Lego ge... Mach aus jetzt! Ich habe Lego ge...